Eine Information zu S2, nach Mödling, Abfahrtszeit 15.52 Uhr. Dieser Zug fällt heute zwischen Wien-Floridsdorf und Mödling aus. Grund dafür ist eine Verzögerung im Arbeitsablauf. Wir bitten um Entschuldigung. S2, nach Mödling, Abfahrtszeit 15.52 Uhr wird nicht zwischen Wien-Floridsdorf und Mödling heute. Das ist wegen der Verzögerungsschränkungen. Wir entschuldigen für irgendwelche Inkonvenien. Die Wien-Floridsdorf. Die Wien-Florid. Das ist wegen der Verzögerungsschränkungen. Diese Zeit gilt hier. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017